Äh, äh, was? What, 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 what? ETF? Boah, hab ich Reflexe, Leute, ey. Was macht der? Das will ich nicht. Ja, super. Ich will vielleicht springen, du Horst. Boah! Boah, was war da denn los? Ach, da ist so ein Ding ins. Okay, jetzt nur noch timen und dann passt das. Boah! Schade, ich wollte noch springen, aber... Leider war das nicht... Ah, schon wieder. Mega-Face. Jetzt aber. Ja, endlich. Und jetzt springen. Zack. Genauso wie hier. Zack, zack. Zack. Boah. Wow. Okay. Ich hab's. Soweit. Aber was soll das hier? Das ist ein mega-fetter Reifen. Puh. Du, du, du. Ich frage mich, wann das Spiel endlich zu Ende ist, ne? Geht ja jetzt schon ziemlich weit. Okay. Okay. Ich schätze mal, den muss ich irgendwo mit da hinden. Das sieht... Gar nicht gut aus. Gar nicht gut aus. So. Ach so, da läuft der so Zeit ab hier. Ja, ne, das bringt ja mal gar nichts. Oh, Mann. Okay. Ich glaub, ich weiß wie. Hoffe ich. Zack. Ach, da ist er. Scheiße. Komm. Nein, ich will nicht da drauf. Scheißen. Hahaha. So. Zapptasch aber hier. So. Schnell rinnt er hier die Kist. Und dann muss ich fix drauf. Aber er geht nicht drauf. Warum geht der nicht drauf? Oh, ne. Sag bloß, ich muss das auch noch timen. Das wäre mir richtig mies. Also was ich mit timen will meinen, wäre hier das. Oh, spring auf die Kiste. Zu spät. Hahaha. Scheiße. Ich brauche auf jeden Fall die Kiste. Die muss darunter. Oder auf die muss ich draufhüpfen. Ah, schade. Fast. Ne, nicht fast, aber egal. Ich glaub, das geht so. Das muss doch so gehen. Anders geht's ja nicht. Fuck. Also auf die Kiste drauf und dann richtig gescheit im richtigen Moment halt abspringen. Wäre jetzt so meine Dimension, sag ich mal. Allerdings. Oh, spring auf die Kiste, du Sack. Toll. Natürlich fail. Zack. Wo ist jetzt? Zack, 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 zack. Ah, das ist viel zu spät. Dreckskot. So, so geht es auf jeden Fall schon. Und dann... Wo ist der Rinter? Dann muss ich da hin. Und abspringen. Ich muss einfach nicht beeilen. Das wäre natürlich auch eine Idee. Das geht einfach nicht schneller. Oh, fast. Ja, ich spiele es hier vorkommend blind. Deswegen fail ich hier auch immer. Das ist mir egal. Wenn ich jetzt in den Lösungen nachschauen würde, wäre es ja kein Spaß mehr für mich irgendwie. Also muss es aber gehen. Anders geht es nicht. Ah, aber ich glaube, ich weiß, wie ich es anders machen könnte. So, jetzt hätte ich ein bisschen mehr Zeit auf jeden Fall. Yes. Jetzt funktioniert es. Oh, geh hoch, du Sack. Nein, nein. Wie knapp das einfach war. Homo Dance, sage ich da nur. Ey, nee, du... Aber so geht es auf jeden Fall. Oh, ein. Ups. Nein, ich gehe jetzt nicht auf Nummer sicher. Ich mache es einfach und... Ja, jetzt halt. Oh, es geht weiter. Warum bremst der ein... Der bremst ab. Ich glaube es nicht. Ich glaube es nicht. Ich glaube es einfach nicht. Nochmal alles von neu. Oh, das war schon ein bisschen zu weit fast. Ich gehe gerade noch so. Oh, das war ziemlich knapp. So, kommen wir jetzt hier. Bam, 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 bam. Oh, jetzt gehe ich jetzt hier. Oh, jetzt gehe ich erst mal hinten zusammen. Und was will ich jetzt hier? Ach so. Ach so, das geht immer wieder... Okay. Ja, toll. Das ist natürlich fail. Boah, zum Glück nicht mehr alles neu, ey. Oh. Fast. Verdammt. Ach man, hört dieses... Oh, ja. So, was nützt es mir jetzt? Das ist jetzt die Frage. Ich kann ihn mal rundschwenken.